Virabhadrasana I ist in den Mysore Schools of Yoga die Bezeichnung für eine der Variationen der Heldenstellung mit Arme oben zum Himmel. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier gibt die Beine etwa 1,20 bis 1,50 Meter weit auseinander. Dann strecke den rechten Fuß 90 Grad nach rechts, den linken Fuß 15 bis 45 Grad nach rechts. Strecke dann die Arme hoch zur Decke und drehe dich zum vorderen Bein. Jetzt beuge das rechte Knie 90 Grad, sodass der Oberschenkel parallel zum Boden ist und halte den Brustkorb in etwa oberhalb der Hüfte. Im linken Fuß versuche die Fußwölbung zu erhalten und gib die Außenkante des linken Fußes zum Boden und schaue nach oben zum Himmel. Die Stellung stärkt den rechten Oberschenkel. Sie entwickelt Heldenhaftigkeit im Sinne von, auch wenn es anstrengend ist, zu halten. Und du hast eben hohes Ideal. Du zeigst zum Himmel. Ein Held weiß auch, wenn es ausreicht und streckt dann wieder das Bein aus und senkt die Arme. Untertitelung des ZDF, 2020